Ich dachte, du wolltest weniger Pizza essen, von wegen gesunde Ernährung und so. Und dann auch noch Pizza Salami? Da ist ja wohl am meisten Fett und Salz dabei. Wie kommst du darauf, dass ich Pizza Salami bestellt habe? Auf der Rechnung steht nichts von Pizza Salami. Ja, aber da steht, eine Pizza, sieben Euro. Und ich kenne zufälligerweise die Speisekarte vom Alberto und Weiss, dass es sich um eine injektive Abbildung handelt. Was bitte? Injektiv? Abbildung? Meinst du ein Foto oder Zeichnung? Nein, ich meine eine Abbildung, auch Funktion genannt, im mathematischen Sinne. Was ist denn das? Das hat mir Ralf neulich erklärt. Zunächst brauchen wir zwei Mengen, A und B. Als Menge A nehmen wir alle Pizzen, die in der Speisekarte stehen und als Menge B alle Preise. Aha, du, aber so viele Pizzen kann ich auch nicht essen. Sei still und pass auf. Also in unserem Fall wäre die Menge A Kinderpizza, Pizza Margherita, Pizza Salami, Pizza Hawaii, Pizza Tonno und Pizza Pazifika. Und die Menge B 5, 6, 7, 8, 9 und 10 Euro. Eine Funktion, nennen wir sie Preis von A nach B, ist eine Abbildungsvorschrift, die jedem Element der Menge A ein eindeutiges Element der Menge B zuordnet. Wir schreiben in diesem Fall. In unserem Fall ist die Abbildungsvorschrift durch eine Wertetabelle gegeben. Zum Beispiel bei Pizza Hawaii sind das 8 Euro. Wichtig hierbei ist, dass die Vorschrift eindeutig ist. Also neben jeder Pizza nur ein Preis steht. Ja klar, wenn in der Speisekarte neben Pizza Hawaii 8 und 10 Euro steht, kennt sich ja keiner aus. Aber was ist denn dieses Injektiv? Äh, das habe ich jetzt auch vergessen. Fragen wir Ralf. Eine Funktion f von A nach B heißt Injektiv, wenn jedes Element klein a aus der Menge groß a einen individuellen Funktionswert f von a besitzt. Dies kann man auch anders ausdrücken. Sind a1 und a2 Elemente aus a, die nicht gleich sind, so sind auch deren Funktionswerte f von a1 und f von a2 nicht gleich. Die Preisfunktion der Pizza ist zum Beispiel Injektiv. Keine zwei Pizzen kosten das Gleiche. Das heißt, jede Pizza hat ihren individuellen Preis. Die Preisfunktion der Salate ist hingegen nicht Injektiv. Es gibt zwei unterschiedliche Elemente. Thunfischsalat und Kieferbohnensalat, die beide den gleichen Funktionswert bzw. Preis haben. Sieben Euro. Eine weitere wichtige Eigenschaft von Funktionen ist die Sojektivität. Eine Funktion f von a nach b heißt sojektiv, wenn für jedes Element klein b aus der Menge groß b ein Element klein a aus der Menge groß a existiert, sodass f von a ist gleich b gilt. Anders ausgedrückt, auf jedes Element der Menge b wird mindestens ein Element der Menge a abgebildet. Oder kurz, alles wird getroffen. Die Preisfunktion der Pizzen ist zum Beispiel sojektiv. Nehmen wir uns ein beliebiges Element aus der Menge b, zum Beispiel 6 Euro. Dann finden wir ein Element aus der Menge a, sodass der Preis von dieser Pizza genau 6 Euro beträgt. In diesem Fall ist das die Pizza Margherita. Wichtig hierbei ist, dass das nicht nur für den Wert von 6 Euro funktioniert, sondern für alle Elemente aus der Menge b. Ich muss also für jeden Preis von 5 bis 10 Euro eine Pizza finden können, die diesen Preis hat. Die Preisfunktion der Salate ist hingegen nicht sojektiv, wenn wir als Menge wieder 5 bis 10 Euro annehmen. So gibt es beispielsweise keinen Salat, der 9 Euro kostet. An diesem Beispiel sehen wir auch, dass die Sojektivität einer Funktion stark von der Menge b abhängt. Man kann aus jeder Funktion eine sujektive Funktion machen, indem man die Menge b geeignet verkleinert. Im Salatbeispiel etwa auf 5, 6, 7 und 8 Euro. Da Injektivität und Sujektivität solch tolle Eigenschaften sind, haben Funktionen, die beide Eigenschaften besitzen, eine besondere Bezeichnung verdient. Wir nennen eine Funktion, die beide Eigenschaften besitzt, eine bijektive Funktion. Wenn eine Funktion f von a nach b bejektiv ist, so existiert auch ihre Umkehrfunktion f hoch minus 1 von b nach a. Diese Umkehrfunktion f hoch minus 1 kehrt die Wirkung der Funktion f also um. Es gilt also, f hoch minus 1 von f von a ist gleich a für alle kleinen a aus groß a. Und f von f hoch minus 1 von b ist gleich b für alle kleinen b aus groß b. Die Umkehrfunktion der Pizzapreisfunktion ist also eine Preispizza-Funktion, die jeden Preis einer Pizza zuordnet. Bei der Salatpreisfunktion geht das nicht, denn die war ja nicht bijektiv. So ist zum Beispiel nicht klar, welcher Salat dem Preis 7 Euro zugeordnet wird. Thunfischsalat oder Käferbonnensalat. Die Erbildungsvorschrift einer Funktion muss schließlich eindeutig sein. Und was ist mit den 9 Euro? Es gibt keinen Salat, dem wir 9 Euro zuordnen können. Fassen wir zusammen. Eine Funktion f von a nach b ist eine Abbildungsvorschrift, die jedem Element der Menge a ein eindeutiges Element der Menge b zuordnet. In der rechten Grafik sehen wir, dass dem Element a2 aus der Menge a zwei Elemente aus der Menge b zugeordnet sind. Dies ist nicht zulässig. Eine Funktion f von a nach b heißt injektiv, wenn jedes Element aus a einen individuellen Funktionswert besitzt. Beispielsweise sind in der rechten Grafik aus der Menge a zwei Elemente auf das gleiche Element der Menge b abgebildet. Dies entspricht keiner injektiven Funktion. Eine Funktion f von a nach b heißt zujektiv, wenn jedes Element aus b getroffen wird. In der rechten Grafik wird ein Element aus der Menge b nicht getroffen. Deswegen ist diese nicht zujektiv. Eine Funktion f von a nach b heißt bijektiv, wenn sie injektiv und zujektiv ist. Funktionen können beispielsweise durch Wertetabellen gegeben sein. Etwa eine Speisekarte. Natürlich macht das nur Sinn, wenn die Menge a, auf der die Funktion definiert ist, endlich ist. In den meisten Fällen werdet ihr jedoch Funktionen begegnen, die durch Rechenvorschriften gegeben sind. Hier ist f eine Funktion von der Menge der reellen Zahlen r nach r. Jede x-beliebige reelle Zahl wird auf ihr Quadrat abgebildet. Diese Funktion ist nicht subjektiv, da es beispielsweise keine reelle Zahl gibt, deren Quadrat minus 1 ist. Minus 1 wird also nicht getroffen. Betrachten wir nun eine leicht modifizierte Funktion. Diese Funktion bildet nach r0 plus ab. Das ist die Menge aller reellen Zahlen, die größer gleich 0 sind. Die Funktion g ist subjektiv, denn für jedes y aus r0 plus existiert ein x aus r. Beispielsweise x ist gleich Wurzel y, sodass x² gleich y ergibt. Jedes y aus r0 plus wird also getroffen. Die Funktion g ist aber nicht injektiv, weil g von 2 und g von minus 2 den gemeinsamen Funktionswert 4 haben. Da g nicht injektiv ist, ist g folglich auch nicht bijektiv. Aber Achtung, eine Funktion muss nicht unbedingt Zahlen auf Zahlen abbilden. Es können auch andere Dinge abgebildet werden, beispielsweise Pizzen auf Preise. Okay, okay, schon gut. Ich habe jetzt eine Pizza Salami gegessen und sie war sehr gut. Gut, dass ich noch rechtzeitig keimgekommen bin und noch ein Stück davon bekomme. Okay. 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 Vielen Dank.